Das ist gut. Ja, okay. Mein Name ist Niklas Mietz. Ich bin unter dem Twitter-Hinde des Nerds zu finden. Ich arbeite für die B42 Solutions. Mein Titel in der B42 Solutions ist DevOps Engineer. Was ich eigentlich so den ganzen Tag da mache, ist mit Containern rumspielen, in verschiedenen Szenarien, in verschiedenen Infrastrukturen. Aber mich reizt eigentlich ein bisschen mehr das Thema momentan immer noch GitLab und GitLab CI mittlerweile. Weil ich finde, der Michael hat uns halt schon schöne Sachen gezeigt, wie man es halt in der Laufzeit halt einfach laufen lassen kann. Aber eigentlich beginnt man ja mit einem Dockerfile. Wie baut man denn so ein Dockerfile automatisch? Weil man will es ja nicht immer von Hand machen. Und man wird ja auch irgendwann langsamer dadurch. Und deshalb möchte ich einfach... Moment. Ich will mal eben noch eine Uhr reinmachen. Zuck. Okay. Möchte ich euch einfach mal heute zeigen in dem kleinen Vortrag, wie man halt mit GitLab selber auf seiner eigenen Maschine arbeiten kann. Also alles, was ich jetzt euch hier zeige, läuft auf diesem kleinen Notebook, was nur 8 Liter bei DRAM hat. Also keine super fancy Maschine. Es gibt auch hier so einen coolen Sticker. Ich arbeite noch daran, dass es dafür auch noch Sticker gibt. Genau. So. Dann kommen wir mal einfach zum Thema... Erstmal... Jetzt habe ich wieder CI reingeschmissen. Jetzt gibt es wieder so drei Wörter. Erstmal gibt es halt das CI. Okay. Dann gibt es ein CD. Wie? Und es gibt nochmal ein CD? Okay. Das ist ja echt ein bisschen strange. Das erste ist erstmal das ganz normale Continuous Integration. Mit Continuous Integration können wir einfach unsere Applikation kontinuierlich bauen und führen auch Tests aus. Das ist die erste Definition dafür. Wenn wir jetzt aber weitergehen, wenn wir halt schon kontinuierlich arbeiten, ist es halt so, dass wir auch... Wir haben ja irgendwas gebaut, unsere Software. Die ist aber erstmal noch nichts wert. Der Kunde bezahlt uns erst dafür, wenn wir sie wirklich in Produktion betreiben oder sie da laufen lassen. Und da kommt dann Continuous Delivery im Spiel. Das heißt, unseren Code, den wir halt durch die CI getrieben haben, lassen wir durch manuelle Approvements einfach wirklich in die Produktion betreiben. Das heißt, zum Beispiel, wir haben halt einen Button oder jemand anders schiebt für uns unser Image halt auf das Produktionssystem und wir lassen unseren Container von da aus laufen. Aber der eigentlich viel coolere Teil wird eigentlich dann, wenn man halt Continuous Deployment macht. Das heißt, dann fällt der komplette manuelle Schritt einfach weg und es wird halt komplett automatisch von unserem ersten Comet, den wir in unserer Code-Basis abgeben, durch den ganzen Automaten durchgetrieben. Es werden Tests geprüft und es kommt automatisch in Produktion. Das ist halt eher der advancedere Teil. Also die meisten Leute vertun sich auch. Also ich musste auch den Peter mal aufklären, was halt Continuous Deployment, Continuous Delivery ist. Da gab es eine sehr rege Diskussion drüber. Das heißt, die meisten Leute machen eigentlich Continuous Delivery. Aber der Ansatz ist auch vollkommen ausreichend. Also es ist jetzt nicht, dass ich sagen möchte, ja, das eine ist zwar cooler, aber dafür muss man auch sehr viel Aufwand betreiben. Dass man es halt wirklich komplett automatisch halt alles durchgetrieben hat. Ja. Jetzt kommt die Frage, okay, was ist überhaupt GitLab? GitLab ist eine Alternative, um halt erstmal generell den Source Code zu hosten. Und jeder kennt von euch wahrscheinlich GitHub oder wenn man es im kommerziellen Ansatz möchte, halt GitHub Enterprise, wo man sehr viel Geld sagt. Oder halt auch Docs. Docs ist glaube ich auch nicht mehr aktuell, kann das sein? Jetzt gibt es glaube ich GitT. Weil bei Docs war es so, dass der Maintainer das nicht abgeben wollte und die Community hat sich zurückgenommen. Deshalb gibt es jetzt GitT. Genau. Aber warum macht jetzt GitLab ein bisschen mehr? Was sie halt, wo sie sich halt wirklich die ganze Zeit darauf fokussieren, ist dafür, dass sie sagen, wir wollen ein Produkt chippen. Also wir sind nicht mehr damit beschäftigt, erstmal uns drei, vier Wochen einzuarbeiten, wie das komplette Tool funktioniert. Wir kommen halt sehr schnell mit sehr wenig Aufwand zu dem Zustand, dass wir was in Produktion liefern. Dadurch werden halt so Sachen gemacht, dass man erstmal seine Issues an einer Stelle halt wirklich tracken kann, dass man mit Code-Reviews arbeitet. Das ist halt eine sehr einfache Art, um erstmal Software-Tests auch reinzukriegen. Wir haben halt komplette CI-CD-Pipelines in einer Signal UI. Das heißt, zum Beispiel, wenn wir halt den Jenkins ansonsten nutzen, müssten wir halt noch irgendwie das alles visualisieren. Dann hätten wir unsere GitHub und haben wieder zwei Systeme. Mit GitLab haben wir das alles in einem System. Aber der viel coolere Scheiß und heiße Scheiß ist einfach, dass es sehr gut mit Containern funktioniert. Es ist auch mittlerweile in der Cloud-Native Foundation, unter welchen heißen Topics es halt ist, ist es auf Platz 30 und es kommt immer mehr an Fahrt. Genau, es arbeitet halt mit Docker und es arbeitet aber auch schon mit Kubernetes. Es gibt mittlerweile auch die Pages. Das ist das gleiche, wie ihr sicherlich kennt von GitHub-Pages. Der allerletzte Schritt, der halt auch manchmal echt ein harter sein kann, ist, dass GitLab sich halt, wie halt auf der DevOps-Saga einfach halt, wirklich jeden Monat kommt halt ein neues Release mit neuen Features. Es muss aber nicht heißen, dass das komplett schon funktioniert. Meistens ist es halt sehr gut getestet, aber es kommen dann immer noch relativ zügig, immer noch dann Fixes her. Das heißt, jeden Monat gibt es am 22. gibt es immer ein neues Release auf ein neues Feature-Set. Die kann man halt direkt nutzen und dann kann man damit schon arbeiten. Das heißt, wir haben keine langen Software-Release-Updates wie bei normaler traditionellen Software. Das heißt, wir müssen nicht drei Monate warten, bis wir die neuen Features haben wollen. Und alles ist Open Source. Die komplette Edition, die wir jetzt nutzen werden, ist Open Source. Es gibt generell, wenn man so auf dem Docker Hub guckt, gibt es halt zwei verschiedene Images eigentlich. Erstmal gibt es halt das ganz normale GitLab CE. Das ist halt das offizielle von GitLab. Aber dann gibt es halt noch ein relativ anderes Image, was halt fast mittlerweile noch die Hälfte an Puls hat. Noch ein anderes Open Source-Maintain-Image. Und da möchte ich halt ein bisschen mehr drauf eingehen. Weil das ist halt meiner Meinung nach der bessere Weg, wie man GitLab halt momentan betreiben kann. Das werden wir halt auch später sehen, warum. Generell muss man dazu sagen, das Image ist jetzt bei, es werden nur noch 5 Millionen Docker Hub Puls angezeigt. Aber ich habe es gestern nochmal, nee, vorgestern habe ich es nochmal nachgemessen. Wir sind so bei 7 Millionen ungefähr. Fast 7 Millionen Docker Hub Puls. Es hat 4100 Stars halt auf GitHub. Wir haben auch 231 Releases. Und wir haben 117 Contributors. Zwei Maintainer. Einer der Maintainer bin ich. Und wir haben eine aktive Community. Das heißt, jeden Monat kümmere ich mich darum, oder jemand anders, dass halt ein neues Release auch wirklich kommt. Das ist halt eigentlich eine sehr spannende Aufgabe. Ja, jetzt möchte ich eigentlich, habe ich genug von GitLab geredet, jetzt habe ich nur so ein bisschen was gesagt. Und deshalb möchte ich eigentlich euch lieber direkt was zeigen. Weil ich finde halt immer so langweilige Theorie-Vorträge, da können wir uns in der Uni antun. Aber nicht in einem Meetup oder halt auf einer normalen Konferenz. Dafür möchte ich einfach mal eine kleine Demo starten. Das heißt, Moment. Ich gehe mal schnell zurück. Ah, okay. Natürlich funktioniert es jetzt nicht. Wo? Ja, okay. Sorry. Natürlich. Genau. Also erstmal haben wir halt ein relativ simples Dr. Compose-File, wo wir halt ein GitLab halt drin haben, ein Postgres und ein Redis. Das heißt, wir haben unsere Datenbank halt direkt getrennt, unser Redis. Und möchten jetzt einfach mal unser GitLab halt starten, was halt schon konfiguriert ist. Was müssen wir, um halt ein GitLab zu starten? Wir müssen nur Dr. Compose abmachen. Das heißt, wir können uns jetzt halt schon angucken, können uns halt die Logs angucken und sehen jetzt, das GitLab konfiguriert sich jetzt für den ersten Start. Das dauert jetzt so zwei, drei Minuten, ja, nicht zwei, drei Minuten, nur ein, zwei Minuten. Währenddessen ist halt so, dass das halt selber halt auch ein kleiner Container eigentlich ist, der jetzt halt wirklich mehrere Prozesse noch betreibt. Warum es halt, der Unterschied ist, warum wir das jetzt in Open Source abklonen halt vom offiziellen Image, ist es halt so, dass beim offiziellen GitLab es so ist, dass sie halt alles in einen Container packen. Sie machen halt aus dem Container halt eigentlich eine VM. Das heißt, in dem gleichen Container, wo eure Applikation drin läuft, läuft auch der Dappenbank-Container. Und das ist halt kein cooler Weg. Das kann ich halt direkt sagen. Das ist halt auch sehr schwer zu maintainen. Das kommt halt daher geschuldet ein bisschen, dass sie halt, weil GitLab selbst halt Omnibus verwendet und deshalb haben sie es halt damit paketiert. Ja, so. Wir sollten halt fertig sein. Jetzt nehmen wir mal nochmal meine IP rauskriegen. Moment. Ähm. No. Und die habe ich jetzt durch. Und ich bin wohl aus dem Internet gerade rausgeflogen. Das ist mittlerweile auch ein neues Feature von der Docker Engine, was ich gerade bemerkt habe, sobald man das WLAN wechselt, fährt sich halt die komplette Engine einmal runter und startet wieder neu. Das dauert jetzt einen Moment. Das sieht gut aus. Wollen wir mal die Config an, starten wir mal das GitLab. Das GitLab ist schon wieder oben. Läuft da relativ zügig. Dann jetzt. Wollen wir mal schön die IP eingeben. Wir sehen 502. GitLab braucht ein bisschen. Das heißt, GitLab selbst ist halt eine Rates-Applikation und währenddessen die Rates-Applikation noch bootet. Es ist halt so, dass wir direkt eine Maintenance-Page kriegen. Und eigentlich... Awaiting. Das sieht gut aus. Er geht länger. Ja. Cool. Was wir jetzt gemacht haben ist, wir haben halt nur ein Docker-Compose abgemacht. Wir haben uns halt ein relativ kleines Docker-Compose-Config angeguckt. Das heißt, das komplette GitLab wird halt über Umgebungsvariablen konfiguriert. Und wir mussten nur ein App machen und sind jetzt fertig. Jetzt müssen wir halt ein Passwort eingeben. Mit dem Passwort setzen wir halt den Admin-User ein, der Default gesetzt wird. Das heißt, wir können jetzt einfach sagen, User-Root. Das ist halt der Default-User beim GitLab. Und zack, wir sind in der Applikation. Und es hat noch niemals, bis auf den kleinen WLAN-Schwank, hat es jetzt 2-3 Minuten gedauert. Um halt jetzt arbeiten zu können. Aber eigentlich reicht uns das hier nicht. Wir wollen ja noch ein bisschen mehr machen. Dafür möchte ich halt einfach mit euch mal ein kleines Projekt auch nebenbei machen. Das heißt, wir legen halt ein Projekt an. Das My Awesome Project natürlich. Was man halt auch direkt bei GitLab, wenn man halt ein neues Projekt anlegt, ist, man muss halt nicht neue Projekte irgendwie reinflogen. Man kann auch externe Repositories mit ins Projekt importieren. Das heißt, wir müssen halt nicht direkt von GitLab importieren. Wir können auch sagen, dass wir, wenn wir halt schon ein GitRepository haben, können wir das direkt als neues Projekt einfach übertragen und sind halt damit fertig. Jetzt legen wir einfach das neue Projekt an. Wir haben unser erstes Projekt. Cool. Jetzt wird halt noch gesagt, wir haben kein SSHG. Das ist aber erstmal nicht schlimm, weil ich möchte die ganze Zeit eigentlich nur über die UI arbeiten. Ich möchte gar nicht jetzt erstmal auf die Kommandozeit halt, wie man mit Git halt arbeiten kann, gehen. Dafür klicken wir halt direkt auf das Readme, können jetzt halt unsere erste, unsere Applikation anlegen. Die nennen wir einfach mal MainGo. Wir schreiben einen kleinen HTTP-Server in Go. Wir können dafür halt diesen kleinen Code nehmen, den ich vorbereitet habe. Jetzt muss ich mal wieder auf das Fenster kommen. Ja, cool. Ähm. Und kann sagen, adminGo. Und kann halt direkt aus dem UI auch committen. Ähm. Start jetzt Moment. Und zack. Unser Awesome Project hat auch schon die erste File. Jetzt ist es ja so, okay, jetzt habe ich Source Code eingecheckt, aber wir wollen ja eigentlich auf das Thema CI zustande kommen. Das heißt, was müssen wir jetzt in GitLab halt machen, um so ein CI-Projekt zu starten, ist, dass wir eine neue Datei wieder anlegen, die wir halt GitLab CI-Yammer nennen. Das ist halt sehr ähnlich zu dem, wenn man halt bekannte größeres CI-Systeme kennt, wie Circle CI, Travis oder Drone. Da legt man in seinem gleichen Source Code Repository einfach nur noch eine YAML-File hinter, um halt die ganze CI-Pipeline halt zu konfigurieren. Ähm. Das heißt, man könnte sich halt hier zum Beispiel, hat man auch die Möglichkeit direkt von GitLab bei selbst, ähm, Templates zu nutzen. Das heißt, wenn ich mir noch nicht sicher bin, welche Sprache ich halt wirklich nutzen möchte, oder ich weiß schon, welche Sprache ich nutzen möchte, aber weiß nicht, wie ein CI-Yammer halt dafür aussehen kann, könnte ich halt auch dieses vorgefertigte Skript halt komplett nehmen. Ähm. Ich möchte jetzt halt ein anderes nehmen, was ich halt ein bisschen weniger, ähm, overbloated finde halt, wie das. Normale. Das ist halt auch drin in den Slides. Ähm. Und fange halt hier mit an. Das heißt, Ähm. Ähm. Was passiert hier ist halt, dass ich hier oben halt erstmal Image angebe, okay. Das bedeutet halt, ich werde halt ein Container-Image später nutzen. Um den Source Code werde ich in diesen Container einchecken und dadurch wird halt mein CI dann laufen. Ähm. Das LNS GoSource, das ist halt noch dafür da, ähm, dass ich halt die Sachen halt richtig legen kann, das liegt an dem GoWorkspace. Ähm. Ähm. Ich baue halt direkt ein statisches Bild, damit ich halt auch, ähm, damit anfangen kann. Ja. Das heißt, ich kann jetzt einfach sagen, add. Ich klappe die AI ja mal. Und gehe auf das Projekt zurück und sehe, oh, okay, jetzt haben wir auf einmal hier einen neuen Button hinzugefügt und unsere Pipeline pendelt einfach. Okay. Warum pendelt die? Ähm. Das heißt, in der Pipeline habe ich halt die Definition von Jobs. Und ein Job ist halt das, was wir wirklich als die einen Codesnippet halt gesehen haben, um halt unser, ähm, unser System halt auszuführen, unseren Source Code halt zu kompilieren. Okay. Er stackt. Ähm, das Problem liegt jetzt daran, dass halt die nächste Komponente, die man halt noch braucht, ist halt, man braucht einen Runner. Ähm. Ähm. Einen Runner kann ich jetzt damit hinzufügen, indem ich halt einfach, ähm, in der GitLab CI-YAML halt, einfach, Runner angebe als Service, ähm, gebe halt das Image an, GitLab, search, GitLab, Runner, V920. Null. Das ist die allerletzte Version, die momentan aktuell auf dem Markt ist. Ähm. Ich muss halt noch ein Volume anlegen, womit ich mir halt, ähm, den Docker Socket halt mit reinhole. Das wird halt später dafür da sein, um, damit ich halt meine Builds auch irgendwie an einer Docker ähnlichen Umgebung halt auch ausführen kann. Ähm. Das heißt, var run Docker Sock. Und was ich halt auch noch machen möchte, ähm, bei dem GitLab Runner, ich möchte halt gerne die Konfiguration sehen. Das heißt, ähm, ich gebe halt die Konfiguration an, ähm, und sage, etc. GitLab Runner. Genau. Ähm. Und bin damit fertig und hab halt meinen Runner registriert. So. Okay. Ähm. Das heißt, jetzt haben wir erstmal nur den Container, ähm, jetzt können wir uns halt nochmal die Config angucken. Hier wird halt durch das Ding, das Interpolierte halt angezeigt, die komplette absolute Fahrt. Und das wird halt hinzugefügt, um halt einen Runner zu registrieren. Jetzt wollen wir halt den GitLab Runner halt starten. Was wir wieder nur dafür machen, ist halt ganz einfach ein Docker Compose Up-D. Ähm. Ähm. Genau. Sind jetzt halt bereit und müssen wir uns jetzt halt einen Token holen. Ähm. Das Token findet man halt in der URL unter Slash Admin Runners. Das ist halt ein sogenanntes Token, um halt den Runner zu registrieren gegenüber der GitLab API. Wie das genau technisch funktioniert, werden wir gleich weiter sehen. Ähm. Ähm. Das heißt, wir holen uns nochmal die IP-Adresse zur Sicherheit, weil ich kann mir die nicht merken. Ähm. Das heißt, was wir jetzt angeben müssen, ist die Coordinator-URL. Der Coordinator ist halt der im Sinne bestimmt, wer welchen CI-Job halt wirklich kriegt. Das ist halt das gleiche Prinzip wie bei Jenkins, wenn man einen Master hat und mehrere Slaves. Also in dem Sinne sind die Runner eigentlich nur Slaves und der GitLab selbst koordiniert halt, wer welchen Job Auftrag halt kriegt. Und dafür geben wir jetzt einfach, ähm, die URL an. Und jetzt, ähm. Ähm. Das ist jetzt 8.4.3.123.0. Ähm. Geben jetzt halt den Toten, den wir halt vorher aus dieser Overview halt gekriegt haben. Ähm. 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 Geben jetzt halt eine Beschreibung an. Die Beschreibung ist halt einfach, ähm, im normalen Fall der Hostname, das ein Container ist, ist halt eine sehr kryptische Hostname. Ähm. Wir können halt noch GitLab-Runner-Tags vergeben, die sind dafür später da, um einzelne Runner auch zu unterscheiden. Weil, ähm, wir haben halt hier einen sogenannten Shared-Token verwendet. Shared sind halt dafür da, die laufen über alle Projekte. Und das ist auch immer die Best Practice, die man nutzen sollte, um halt die GitLab-Runner halt zu verwenden. Nicht für projektspezifische, weil dann wird es halt schwierig, die überall immer umzusetzen. Ähm. Ähm. Genau. Jetzt kann man noch sagen, ob er halt noch auf andere Projekte zulaufen möchte. Das wollen wir erstmal nicht. Und jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil eigentlich. Ähm. Was hier unten, äh. Was hier unten gezeigt wird, ähm, ist, dass man jetzt verschiedene Executor nutzen kann. Und das sind halt die Typen, die halt wirklich Docker halt selbst nutzt. Ich werde nochmal gleich auf den Folien nochmal auf die einzelnen Executor gehen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich jetzt gerade clearen kann. Ähm. Ich will es doch nicht ausprobieren. Ähm. Genau. Und was wir jetzt machen wollen, wir wollen halt direkt Docker nutzen. Ähm. Jetzt können wir halt auch sagen, dass wir welches Standard-Image wir nutzen wollen. Wir wollen Docker nutzen. Und fertig, unser Runner ist registriert. Ähm. Ähm. Das heißt, wenn wir jetzt halt auf dieser Seite sind, können wir halt hier gucken. Und zack, auf einmal ein Runner taucht halt auf. Ähm. Ja. So. Ähm. Genau. Jetzt kann man halt noch zeitgleich in die, ähm, in die Runner selbst lehnen, halt eine Config-Tommel an, womit man, ähm. Womit man halt sehen kann, dass wir halt hier einen Runner konfiguriert haben. Wir haben noch ein Volume mit in den Docker-Runner. Das führt halt später nur von Relevanz. Da legt später nur darauf ein, ähm, wie man halt den Runner dann konfiguriert. Und das ist der Zustand, wie der Runner sich merkt, mit wem man halt kommunizieren muss. Ähm. Ähm. Der Runner selbst polkt die ganze Zeit immer einfach die GitLab-API an. Da, das können wir halt, wie oft können wir halt über den Intervall einchecken. Und welche Jobs halt parallel ausgeführt werden, können wir halt über den Konkurrent einstellen. Ja. Ähm. So. Gehen wir mal zurück. Ähm. Gehen in unser Projekt. Und was wir jetzt auf einmal sehen, wir haben den Runner in der Zeit registriert. Und unsere Pipeline ist durchgelaufen. Das können wir halt hier auf unser Bild gucken. Sehen halt hier Compile. Und sehen, ähm, dass wir unser Objekt halt fertig haben. Was noch cool ist, wir haben halt in dem CI-Job selbst, haben wir Artefakte angegeben. Da kann ich nochmal drauf zurück springen. Wie ich das hier sehe. Genau. Ich hab halt hier unten noch halt, ähm, Artefakte mit angegeben. Ich mach das mal größer. Genau. Ähm. Damit kann ich halt auch sagen, natürlich, wenn ich halt irgendwelche Source-Code halt reproduziere und binäre Dateien halt habe. Oder halt auch Sachen, die ich einfach exportieren möchte aus dem CI-System, kann ich das über Artefakte halt einfach abhandeln. Und das muss man halt nur in der CI-Job durch den Artefacts gehen und die Pfade. Ähm. Ja. So. Ähm. Was ich jetzt halt machen kann, ich hab halt mein Go-Programm halt gebaut. Jetzt kann ich mir das halt, ich kann mir das halt hier auch angucken, das ist 5MB groß, juhu. Kann jetzt halt auf Download drücken. Ich hab halt das Binary drin, kann halt jetzt, ähm, zurück in die... Oh, ich muss los machen. Okay, so. Äh. Kann halt das Binary ausführen, ähm, und sehe jetzt auf einmal mein Binary läuft und kann jetzt halt ein... ...und sehe, Hello Dockers, was wir halt im Main-Go halt gerade gesehen haben. Unser erstes Artefakt haben wir halt wirklich gebaut innerhalb von 10 Minuten. Ähm. Jetzt ist halt das Problem, okay, wir wollen ja nicht Artefakte bauen. Also eigentlich cooler ist halt, wenn man halt in Cloud-Native-Applikationen halt sagt, dass man halt dann davon ausgeht, dass man seine Applikation halt paketiert. Dafür sind wir ja auf diesem cool Meetup mit diesem coolen War. Und, ähm, der Wahl ist einfach dafür sehr gut geeignet, um halt Sachen zu paketieren und auch zu starten. Aber die Frage ist jetzt, wie macht man das jetzt so im CI-System? Ähm. Was wir halt dafür tun müssen ist, ganz einfach, nehmen wir zurück in die Slides, ähm, fügen halt eine sogenannte neue Station in unsere Pipeline ein. Ähm. Wir können jetzt halt hier unsere GitLab CI-Yamme. In unserer GitLab CI-Yamme ist halt eigentlich immer die ganze Beschreibung für die Pipeline selbst drin. Und können jetzt halt anfangen, dass wir halt sagen, okay, ähm, fügen halt hier noch Stages ein. Die Stages sind halt dafür da, dass man halt auch die Jobs normal laufen, die Jobs alle parallel. Und mit den Stages können wir halt einfach die Sachen in lineare Zeit einfach ablaufen lassen. Das heißt, dass wir erst zuerst bauen und dann wirklich erst unser Docker-Image bauen. Ähm. Jetzt wollen wir das halt nicht auf dem gleichen Branch machen. Das heißt, wir können auch direkt aus der UI einen neuen Branch erstellen. Wir nennen den halt, ähm, addDocker. For Docker. Ja, will ich auch machen. Ich wollte ja nur gucken, ob ihr alle noch aufpasst. Ja, danke. Weil ihr nur Profis. Ja. Dann ist gut. Ähm, genau. Ähm, genau. So. Das heißt, ich füge halt jetzt ein Merch-Request zu. Und was halt jetzt direkt auch passiert ist, dass halt während der Merch-Request halt läuft, das ist halt das ähnlich wie ein Pull-Request, wird halt automatisch halt, ähm, unser, so. Unser Bild läuft halt auch schon durch mit der neuen, äh, erstellten Pipeline. Ähm, ja. Jetzt wird wahrscheinlich der zweite Job fehlen. Sehr vermutlich. Weil es fehlt uns halt noch ein kleines Herzstück. In diesem kleinen Projekt. Ähm, und das ist halt das Docker-File. Wo ist es denn? Hm? Egal. Dann schreibe ich es halt von Hand. Das ist auch okay. Also es ist furcht. Ähm, das heißt, ich kann halt hier drüber auch den Branch wechseln. Ich kann halt hier eine Datei anlegen. Und kann jetzt einfach sagen Docker-File. From Scratch. Ich kann sagen Copy, äh, myBinary. Nach myBinary. Und kann sagen Entry-Point. MyBinary. Ähm, was halt das Scratch aussagt, ist halt, dass ich halt in diesem Docker-Image halt nichts anderes habe, außer mein Binary nur noch drin. Das schützt euch auch direkt gegen den Angreifer, weil, wenn der Angreifer kommt, muss er halt durch den Prozess durch. Aber dann habt ihr meistens eh schon die Probleme. Also, selbst wenn ihr die Container Security habt, die Angreifer wollen ja meistens an Daten. Und wenn sie halt euren Prozess knacken, dann kriegen sie auch wahrscheinlich schneller die Daten, als wenn sie halt durch Container kommen, durch Hypervisor und so weiter. Ähm. Ist auch kein Typo drin? Nein. So, ich kann jetzt mal in den Merch-Request zurückgehen. Ich sehe jetzt wieder, dass eine neue Pipeline halt durchläuft, weil halt das Docker-File noch hinzugekommen ist. Ich kann aber auch direkt sagen, wenn die Pipeline halt wirklich erfolgreich ist, merchen wir das mal bitte automatisch. Da muss ich nicht mehr darüber nachdenken, wenn der Merch fertig ist, meine Automatisierung soweit durch ist, bin ich halt auch wirklich fertig. So. Ähm. Was man jetzt... Okay. Ah, ich weiß warum. Ähm. Das Problem ist jetzt in dem normalen Bild, dass halt hier noch das Before-Script ist. Und das Before-Script wird halt auf jeder Stage ausgeführt. Um das halt in den Job halt wirklich rein zu kriegen, kann man diese Sachen einfach mitnehmen, in den Job halt rein kopieren und dann laufen sie halt nur noch in dem einzelnen Job. Was das Before-Script eigentlich macht, es sichert halt nur das dazu, äh, es wird vorher ausgeführt, bevor das einzelne Script selbst einfach ausgeführt wird. Das kann man halt dafür nutzen, um halt die Sachen vorher zu konfigurieren. Ähm. Update nochmal die Giteps hier einmal. Ich hoffe mal, jetzt sagt der nicht wieder invalid, wie immer. Hä? Genau. Das ist halt das gleiche wie bei Docker & Compose. Wenn die Yammer nicht eingerückt ist, hat man sehr viel Spaß. Ähm. Aber Yammer ist halt halb so wild eigentlich, muss man sagen, wenn man es halt, ähm, sich an seine, ähm, Konvention einfach hält. Entweder man nutzt Tabs oder man nutzt Bases und dann hat man keine Probleme. Bei Space kann es natürlich nur das Problem sein, wenn man entweder zwei Tabs nimmt oder vier oder drei. Man sollte sich natürlich darauf auch einlegen. Ähm. Ja. So. Und wie wir jetzt sehen, cool. Unser allererstes Docker-Image ist gebaut worden. Direkt aus der Pipeline raus. Ähm. Jetzt fragt ihr euch, ähm, jetzt reicht uns das erstmal gar nicht. Jetzt wollen wir ja eigentlich unsere Applikation auch noch wirklich deployen. Ähm. Ähm. Um unsere Applikation halt zu deployen, können wir halt eine neue, äh, Stage-Shirt einfügen. Das heißt, wir fügen halt hier eine neue Stage-Shirt wirklich ein. So. Gemerged? Nein. Warum nicht? Ich hab doch auf Merge und Pipeline Six Seeds. Ah. Weil ich einen neuen Job, weil ich einen neuen Job getriggert habe und deshalb hab ich dann natürlich nicht mehr automatisch gemerged. geflascht. Ich war nicht perfekt das erste Mal. Na. Für das nächste Mal. Ja. Es muss man auch Momente geben, wo ich nicht perfekt bin. Danke. Danke, dass wir gerade teilhaben. Ja. Könnt ihr euch einrahmen, ist auf Video. Passt. Äh. Ähm. Achso. Das brauchen wir alles nicht. Ähm. Können jetzt halt noch ein weiteres Feature nutzen. Ähm. Diese ganzen Variable, die man jetzt hier sieht, von der Interpolation her ist, die kann man auch dafür nutzen, ähm, um die außerhalb der CI halt setzen zu lassen. Jetzt muss ich nur zurück. Ähm. Leidet man halt hier auf die Settings oben. Und kann jetzt mit so CI-CD-Pipelines kann man sogenannte Secret Variables vergeben. Secret Variables könnt ihr halt theoretisch dafür nutzen, um ähm, Passwörter zu injekten. Ist aber trotzdem nicht sicher. Weil das nur Umgebungsvariablen sind, die im Container injektet werden. Und theoretisch zur Laufzeit kann der Attackers halt wirklich abgreifen. Ähm. Was man dafür dann gegen sonst nutzen könnte, wer halt wollt. Ähm. Ähm. Jetzt müssen wir uns mal unsere coole Domain merken. Will ich mir nicht mehr merken können? Ja. Ich glaube es hieß aber auch Apps. So. Ja. War noch ein Fehler drin. Das ist keine Domain. Unter Google. Ähm. So. Achtung. Ich hab's nicht gespeichert, ne? Okay. Da. Habe ich's gespeichert. Ähm. Genau. Was ist jetzt auch hinzugekommen? Es kommt jetzt noch so ein Environment Key. Der ist halt wirklich später dafür interessant, wenn man halt verschiedene Diplom in verschiedene Stages macht. Software environments. Entweder in Productions, Staging oder Testing. Ähm. Ja. hier. Hier. Und Tab. Sehr konsequent der YAML quasi anscheinend. Ähm. Ja. Was wir jetzt sehen, ähm. Ähm. Das unsere Pipeline halt anläuft und wir jetzt halt einen Deployed-Job wirklich haben. Das dauert noch. Ähm. Das dauert. Das dauert. Das dauert. Cool. Wir sind jetzt soweit, dass wir halt unseren Job halt wirklich deployed haben. Ähm. Also wir sehen, unser Job ist succeed. Ja. Wir haben unsere erste App deployed. Aber wo haben wir sie hin deployed? Wir haben ja vorhin so ein Environment eingegeben, was halt Production ist. Jetzt können wir hier oben auf Production drücken. Sehen jetzt auf einmal, dass wir ein Deployment haben. Können jetzt hier oben auf View Deployment gehen und wir sehen es nicht. Warum nicht? Hm. Nee, das ist alles richtig. Dann müssen wir mal kurz gucken. Ja, das ist, wo es nicht konsequent ist. Da läuft es? Okay. Nee. Nee. Ups. Nee, es läuft nicht, ne? Mal gucken. Zum Glück haben wir eine Pipeline, die kontinuierlich ist. Ähm. Können wir nochmal schnell die Änderung durchziehen. Mal gucken. Das ist richtig. Das ist auch richtig. Ähm. Das ist auch richtig. Ähm. Ich habe die Binary wieder nicht. Hmm. Da baue ich es auch. Ne? Du debelst es über. Dann habe ich es in der Nächsten. Das Binding wird mit in die nächste Station geben. Als ich vorhin getestet habe, hat es halt funktioniert. Die Demo läuft nicht mit mir. Ich triggere nochmal eine neue Pipeline. Das ist immer gut. Man kann halt auch eine neue Pipeline triggern. Wenn man halt auf Run Pipeline, Create Master und so nochmal durchlaufen. Ich gucke uns mal den Compile Job an. Die used aber den Cache. Okay. Das teilt ihr da einen Trick. Das ist schon okay. Capcom Image. Das ist schon mal im Ziel. Ich gehe nochmal zurück. Das kann man jetzt sehen. Ich tue nochmal eine Pipeline. Okay. Falls es jetzt nicht klappt, ist die Demo dort auf. Wenn ich bei mir ein bisschen weiter fortfahren. Ich weiß den Fehler, glaube ich. Ja, ich habe den Fehler. Ah gut. Der Fehler ist halt durch das Go bedingt. Das hätte ich sehen müssen. Es ist halt nicht komplett statisch gebunden. Deshalb kann es halt nicht in Stretch ausgeführt werden. Ich gebe jetzt halt hier noch mit Variables. Das kann ich halt Umgebungsvariablen angeben. Ich gebe jetzt hier So Pipeline läuft. Jetzt dauert das Bau noch ein bisschen länger. Jetzt wird auch natürlich nicht mehr gecashed. Was das C-Dow bei Go macht, ist halt es nimmt halt Go kann halt nun mal C interpretieren auch und dafür wird halt C-Dow einfach dass wir sagen, dass wir gar kein C mehr nutzen wollen in dem Sinne und dadurch können wir halt erst ein statisches Bild halt wirklich bauen. Und wenn wir jetzt halt auf Production gehen und wir haben unser Deployment. Genau. Was wir jetzt halt auch theoretisch machen können ist halt direkt aus der UI wir können auch ein Rollback ausführen. Das heißt, ein Rollback ist halt ganz simpel ist der Job halt den wir für das Deployment mit uns haben nochmal neu ausgeführt. Um halt die letzte Version vielleicht möchte ich ja nochmal die kaputte Version zeigen damit es auch wirklich geht als Beweis es wird sogar gehen ich starte nur einen neuen Container weil es das gleiche Take ist ja genau und habe halt hier wieder aber auf dem alten Comet stand und habe es halt hier wieder aber kann jetzt halt auch sagen hello.com und wir sehen halt auch Bochum ja kommen wir mal wieder zurück zu den Slides was hat uns jetzt eigentlich eigentlich haben wir relativ zügig halt ein Deployment halt aufgebaut von einer simplen Applikation wollen wir jetzt halt einen kleinen die Komponenten uns nochmal angucken da ist es halt so dass GitLab halt aus verschiedenen Komponenten besteht wir haben erstmal generell halt das Unicron, das Rails halt das Herzstück das ist das GitLab an sich selbst dann haben wir halt eine Datenband die können einfach Postgres oder MySQL sein wir haben halt noch Redis und Psycic um die Kommunikation zwischen der GitLab Rails und der Shell zu koordinieren ein Workhorse ist halt für HTTP da um halt große Git Checkouts machen zu können über HTTP und Endings ist davor als Law Balancer um halt SSL Terminierung zu machen weil der GitLab Workhorse das im Anfangsstadium gar nicht konnte was haben wir jetzt eigentlich genutzt in unserem Decker Compose File ist es halt so dass wir halt sagen wir haben halt hier unser GitLab dann kommt halt noch später gleich hinzu eine Docker Redis Tree wir haben halt ein Redis und Postgres und hier haben wir einen Runner der halt verschiedene Typen haben kann kommen wir eigentlich eher zu GitLab CI woraus besteht GitLab CI wir haben halt die GitLab CI YAML die halt einfach die Pipeline definiert wir haben den Runner der die Jobs einfach aus der YAML halt ausführt und wir haben den GitLab Koordinator an sich selbst was wir jetzt noch das machen wir mal größer aber es wird nicht größer ne okay ich gebe es auf was ist halt so wie es funktioniert ist halt ich bin aus meinem lokalen Development Tree mache halt ein Dip Push schiebe halt schiebe das an die GitLab API und mache halt in dem Sinne die GitLab API bestellt halt diesen Job halt bereit dass sie zur Verfügung ist und jeder Runner fragt einfach die ganze Zeit immer hast du mal einen neuen Job für mich ich habe die folgenden Einschafften ich bin der Executor ich habe die folgenden GitTags und bin halt ein Shared-Aus-Specific-Runner und danach koordiniert das G-Clip halt zurück und sagt halt hier Runner du darfst beim nächsten Mal darfst du diesen Job einfach mitnehmen ja generell sind Runner halt einfach isolierte Maschinen auch können halt virtuelle Maschinen sein das sieht man halt auch später in den verschiedenen Executern und alles wird halt in der Conflict-Termine gespeichert es gibt halt Shared-Vers-Specific-Runner wo wir halt einfach Shared-Runner in dem Sinne für jedes Projekt enablen können und Specific sind halt nur für einzelne Projekte ja genau das Interessante sind eigentlich die Executors mit den Executors machen wir es halt einfach so dass wir damit bestimmen welchen Typ ihr eigentlich wirklich ausführen soll ob es halt in Docker-Container ausgeführt werden soll ob es in einer virtuellen Maschine ausgeführt werden soll oder ob es direkt in einem Kubernetes ausgeführt werden soll jetzt gibt es halt die Standardsachen es gibt halt einfach Shell Virtual Bots und SH und Perils Perils in Virtual Bots sind Hypervisor Shell kann ich halt mit dem GitLab-Runner direkt Shell-Befehle einfach ausführen auf einer Maschine oder nutze halt eine SH-Verbindung mit dem Executor mit dem Container-Flavor und das sind eigentlich die coolen Container kann ich halt direkt das entweder mit Docker betreiben mit Docker-Machine das heißt ich habe halt die gleiche Kombination wie bei Docker nur es wird halt eine richtige virtuelle Maschine dann immer pro Host entweder hochgefahren und kann auch solche Sachen betreiben wie Autoscaling wenn ich halt das möchte oder ich kann halt auch sagen meine CI-Jobs sollen halt direkt in einem Kubernetes-Netz ausgeführt werden eigentlich ist der interessante Part mein Lieblingspart der Docker-Executor denn ich kenne da stehen noch drei verschiedene Wege aber man kann es noch mal zwei nehmen es gibt sechs mindestens wenn nicht sogar noch mehr generell gibt es halt so Konzepte wie Warmhole und der Docker und Docker generell beim Normal ist es halt so dass wir halt mit dem GitLab-Runner was wir halt gesehen haben einfach den Socket halt rein mounten und dadurch kommuniziert halt der zu diesem Demon und es wird halt ein Image gestartet in dem Fall halt ein Maven-Image jetzt kommt halt eigentlich die interessantere Sache das was wir eigentlich gerade für CI benutzt haben ist halt das Warmhole das heißt wir reichen wir nutzen dem unserem GitLab-Runner wieder den Socket rein aber reichen auch zeitgleich durch das Volume den Socket noch weiter und in deren läuft halt wirklich der GitLab-Runner und der Docker-Client laufen auf der gleichen Maschine und ich kann halt die Befehle einfach dann daraus ausführen dadurch kann ich Images auf meiner eigenen Maschine aufbauen jetzt gibt es noch noch einen advancederen Fall wenn man das halt wirklich machen möchte wenn man sagt ich möchte halt mit dem GitLab-Runner halt wirklich auch jedes Mal einen neuen Dieben halt haben das ist halt zum Beispiel dafür sehr interessant wenn man in Secure Registries halt pushen möchte mit eigenen SSL-Sign-Zertifikaten dann legt man halt die einfach nur noch in dem Docker-in-Docker ab und muss nicht seinen eigenen Dieben halt dafür verschwenden der Nachteil ist aber auch hier zeitgleich dass der Runner halt im Privilege-Mode laufen muss der Docker-in-Docker weil sonst kann er nicht halt den Dieben starten und der verbindet sich dann über eine TCP-Conation anstatt über eine Circuit-Conation zu dem Docker-Client und dadurch kann ich meine CI-Bilds einfach ausführen jetzt gibt es halt noch so einen anderen Fall ist halt noch dafür da jetzt haben wir zwar unsere Images auf einer Maschine gebaut aber eigentlich möchte man unsere Images möchte ich auch irgendwie teilen und dafür gibt es halt das poole Projekt Docker-Distribution oder was auch wahrscheinlich jedem anderen darunter bekannt ist unter der Docker-Registry was halt eigentlich das Open-Source-Projekt ist dazu der offizielle Quote ist einfach dass es einfach nur gesagt wird dass halt das Tool dafür ist um halt seinen Content halt wirklich zu deliveren das wird halt auch dann interessant wenn man in der Orchestration halt arbeitet ja genau dazu wollen wir mal wieder zurück in die Demo das schließen das schließen genau jetzt wollen wir halt die erstmal haben wir halt hier unsere haben wir jetzt halt ein paar Sachen hinzugefügt zu den Komponenten per Magie wir haben jetzt unser D-Clip halt ein bisschen getunt wir haben halt noch folgende Parameter halt gesetzt damit wir halt eine D-Clip-Registry halt eigentlich einsetzen können das sind die folgenden und wir haben halt Zeit anstatt D-Clip bereitet keine eigene Registry sie nutzen eigentlich nur die Docker-Registry die Docker-Distribution dafür dafür haben wir halt jetzt noch einen weiteren Service hinzugefügt und können halt gleich damit weiterarbeiten das heißt wir wollen unser D-Clip halt neu hochfahren ich kann jetzt halt einfach habe halt noch eine Registry hinzugefügt und kann jetzt mir halt angucken wann das D-Clip wieder hochkommt das ist natürlich wie ein 502 weil der D-Clip-Prozess neu starten muss das dauert im Moment können wir also nochmal kurz die Logs angucken unser Projekt ist wieder da so wie es halt vorher war was ist jetzt halt der Unterschied wir haben jetzt halt in unserem Project ist halt jetzt hier oben neue Key hinzugekommen wir haben die Registry und hiermit halt die Beschreibung wie wir halt auch Projekte ablegen können was wir jetzt dafür machen ist halt ein Image rein zu pushen in unsere Registry und das können wir halt ganz einfach erledigen können halt hier wieder die D-Clip-CI ja mal anpassen das heißt ich sage um halt das Image zu pushen tagge ich es halt einfach nochmal weiter und gepartiere den Special Key einfach an gebe ich nur noch Registry-Image an das heißt es wird mein Image-Shield halt gebaut und kriegt zeitgleich die beiden Tags zur gleichen Zeit ich muss halt nicht nochmal einen extra Bild-Prozess dafür anstoßen jetzt muss man sich halt bei der Docker-Registry halt auch anmelden das heißt und gibt nur noch die Registry selbst an und kann jetzt halt einfach sagen mit Docker-Push Registry-Image putsch ich das Image direkt in die Registry ja sollt im Moment genau was passiert eigentlich in der Zeit ist halt so dass beim Docker-Push oder wie funktioniert das ist es halt so dass es eigentlich zwei Komponenten gibt es gibt einmal die normale Registry die wir halt gesehen haben es gibt das GitLab und was macht jetzt der Docker-Demon halt wirklich im Endeffekt ist halt generell fahren wir ja mit einem Pull an beim Pull sagen wir einfach dass wir halt das Image pullen wollen schieben das halt geben das dem Dieben die Anweisung halt weiter der sagt zur Registry ey gib mir mal bitte das Image mit dem sagt die Registry du bist leider nicht authentifiziert schickt halt direkt die URL mit wo man sich halt den authentifizieren muss gegen das GitLab dann authentifiziert man sich per Login bei dem GitLab das heißt beim nächsten Mal mit dem Docker-Login werden die Credentials halt im Client abgelegt und werden halt zum Dieben mitgesendet und danach kann ich halt auch wirklich pullen und da verlockt den ne das push habe ich das passt die Peplern läuft das heißt ne Ja, ich habe die auch hier rein geschrieben. Ne, sagt er nicht an. Ich glaube das ist die i-Totem. Ist das die i-Varials? Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. B-Token. Ah, ne. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Neun. Ich habe B-Token aber gerade noch ausprobiert. Dann ist es noch nicht rausgemufft. Ja, egal. Was jetzt wahrscheinlich, was jetzt als nächstes kommen wird, ist halt, dass gesagt wird, dass er halt das Image nicht in die Registry trotzdem noch nicht pushen kann. Das halt noch, weil wir halt kein valides Zertifikat halt haben. Um das halt zu umgehen für den einfachen Testfall ist halt, dass wir einfach sagen können, dass wir halt hier die komplette Registry halt hier eintragen können. Wir müssen einmal in unseren Docker Format rein. Wir können jetzt in IP, jetzt muss er wieder restarten. und Freund. Ähm. Ähm. Ah, komm. Ähm. You restarted. Ähm. Genau. Was halt eigentlich passiert ist, ist halt, dass gesagt wird, ich mache nun halt die B-Kommunikation. Ich habe halt kein gutes Zertifikat und deshalb kann man halt auch solche Sachen halt dann einfach als insecure Registry halt eintragen, um halt, ähm, Sachen zu tragen. Ist noch nicht da. Einmal zurückgehen. Dann starten unser Redis Tür wieder. Dann starten unser Redis Tür wieder. So, die Clip ist gleich wieder da. Ähm. Was wir halt jetzt eigentlich machen, ist halt, wir fehlen halt im gleichen CI-Drop halt, ähm, bauen wir halt das Image, pushen das halt direkt in der Registry und können das somit jetzt wieder jemanden aneinander teilen. sobald er sich die theoretisch als, äh, eingetragen hat, als HTTP Registry oder man sichert sie halt richtig gegen SSL einfach ab und dann hat man auch die Probleme nicht mehr und können die Images relativ leicht austauschen. so. Das heißt, wir können einfach den Job direkt retryen, ohne jetzt großartig Sachen halt zu bauen. Ähm. Genau. Was wir jetzt halt sehen, der Login ist halt erfolgreich. Das Image wurde halt gepusht, ähm, das können wir halt, wir haben halt zeitgleich auch in die Clip CI halt ne UI. Wir können halt jetzt halt hier gucken, ähm, das Image wurde halt gepusht. Es hat sich halt nicht geändert wie zufeuern, deshalb ist es hier noch die gleiche ID. Ähm, das sieht man halt auch in dem Job selbst, wenn man halt den Job halt nutzt, ähm, sieht man halt hier, dass es hier noch ein anderer Layer ist, aber auf der Registry ist es immer noch der gleiche, weil der Layer already existet. Also ich hab keinen neuen Zustand hinzugefügt, deshalb muss ich auch nicht nochmal irgendwelchen Zerkommunikationen ausnutzen. Ähm, ja. Ja, kommen wir jetzt, ähm, zu dem Teil eigentlich, muss halt so ein bisschen weiter rum geht, wie man halt gute Images bauen kann. Ähm, es ist halt so, wie wir halt hier sehen, haben wir halt sehr viele verschiedene Container, ähm, in verschiedenen Farben, doch wie will man die wirklich unterscheiden? Jetzt ist es halt so, okay, wir fangen halt ganz normal, wie kann ich da halt Sachen unterscheiden? Ich kann halt damit anfangen, dass ich halt mit Tags arbeite, dass ich Labels in meine Images reinsetze oder ich gehe halt so weit wie ein Orchestrator meistens halt nur noch den Digest halt wirklich nutze. Aber für als Menschen, um das erstmal auszuwerten, ist der allererste Tag, ähm, der allererste äh, welche aktuelle Version nutze ich ist oder welches, ähm, welchen, ähm, welches Image wird halt wirklich benutzt. Ähm, es ist halt so, wir können halt wie zum Beispiel bei Alpine, können wir halt verschiedene Tags haben, wenn man nichts angibt, hat man den gleichen Doppelpunkt wie Latest, man kann halt auch verschiedene Versionen angeben, wie 3.5, 3.6, man kriegt halt direkt verschiedene Images. Das reicht uns aber eigentlich nicht. Es wird halt dann erst interessanter, wenn man halt wirklich, ähm, seinen Tag halt auch wirklich taggt. Und wenn man das halt mit TI-Systemen macht, würde ich halt damit anfangen, dass man halt vielleicht sein Image damit taggt, dass man auch zeitgleich, ähm, einfach die aktuelle Commit-Version im Versionskontrollsystem halt zu nutzen. Das heißt, wir können halt einfach, wir können halt hier noch einfach, ähm, da kann Push-Signen, Taggen halt noch ein weiteres Mal, und lassen unsere Pipeline durchlaufen. Ähm, also was das halt hier macht, das gtreff, liest halt den, ähm, zu dem gewissen Commit halt einen Shorten-Kürzel aus, das heißt, ich kriege die letzten vier Hashtags zurück als Tag und kann damit entweder darüber identifizieren, welcher CI-Commit halt wirklich läuft. Ähm, ja, so. Ähm, die machen wir jetzt halt zurück. Ähm, jetzt kann man halt auch noch, das eine einfache Substitution zum Beispiel die ersten fünf Zeichen von meinem Commit nehmen, um den eindeutig zu identifizieren. Ich muss nicht mehr genau eigentlich interessieren, was halt wirklich, ähm, welche Version es ist. Man könnte halt auch Semantic-Versioning einsetzen. Ich finde halt einfach Commits in dem Fall einfach meistens leichter zu finden. Ähm, kann man halt sehr schön automatisieren. Der nächste, ähm, Clues eigentlich, den man halt dann einbaut, sind halt wirklich Labels. Ähm, was ist jetzt so der Unterschied vom Label zum Tag? Ähm, ein Tag ist einfach nur ein einfacher Wert und ein Label dagegen hin ist halt wirklich ein Key-Value-Pair. Und das heißt, ähm, damit können wir halt viel mehr Meta-Informationen zu unserem Image halt hinzufügen. Das wird eigentlich auch noch zu wenig verwendet. Ähm, und es gibt halt auch direkt ein Label-Standard dafür. Mit dem, ähm, Label-Standard wird halt einfach auch gesagt, dass man halt eine eigentliche, ähm, einheitliche Formatierung halt für die Label jetzt findet, damit man halt automatisch arbeiten kann und so auch Sachen generisch halt wiederfinden kann. Das heißt, ich kann mit der Docker-Image-Filter-Funktion, kann ich halt einfach die Images halt wirklich raus, um welche Meta-Informationen die haben. Das heißt, ich könnte halt hier auch wieder den Source-Code verwenden und so weiter. Ähm, genau. Wie wird das jetzt im Docker-File auch sehen? Ähm, im Docker-File ist es halt relativ simpel. Man gibt halt mit Arcs halt die Sachen, an die man halt wirklich überschreiben möchte. Ich kann halt hier sagen einfach, dass man halt die verschiedenen URLs halt anlebt und, ähm, lässt sie überschreiben. Solche Sachen wie Labels würde ich halt am Ende des Images packen, damit das Image-Tashing noch weiterläuft und nicht alle neuen Layer halt wirklich neu geschrieben werden müssen. Ähm, ja. Genau. Wie würde ich das jetzt halt im GitHub-CI machen? Ich würde halt hier einfach mit Build-Arcs das die ganze Zeit halt durchweg übergeben. Kann halt hier auch eine automatische, ein Standard halt für das, ähm, ein Date halt annehmen und kriege halt automatisch das Geschenk, was, ähm, was ich halt sonst alles per Hand machen müsste. Ähm, ja. Genau. Viel wichtiger ist eigentlich noch der User-Switch. Ähm, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, wie man den User-Switch halt durchführen kann. Man kann halt vielleicht mit dem Alpine anfangen, setzt halt Umgebungsvariablen, um den User halt zu definieren, füge ich den User hinzu und eine Gruppe, sagt halt dann mit dem Docker-File-User halt natürlich, dass man den User halt switchen möchte und, ähm, wechselt halt dann mit dem Workday halt das aktuelle Verzeichnis, packt sein Binary nur noch rein und ist halt dann fertig. Ähm, das, was das halt dann, in dem Sinne, was bietet euch das für einen Vorteil? Das heißt, der Prozess innerhalb des Containers wird auch nicht mehr als Root-Container ausgeführt, sondern als normaler. Das heißt, ich habe auch wieder andere IDs und nicht mehr die Root-Null-IDs und so wird das bei Linux-System auch nicht das File-System irgendwie mit komischen IDs überschrieben. Ähm, genau. Damit könnte man sich schon mal die erste Sache schützen. Das heißt, ich könnte halt aus dem Container halt nicht ausbrechen, ähm, und ja. Müsste halt erst den User klacken, dann den Root-User und dann breche ich aus dem Container aus und habe wieder eine Hürde und dem Angreifer ist halt ein bisschen schwieriger gemacht. Ähm, ein coolerer anderer Ansatz ist halt, wie wir halt gesehen haben, wir nutzen einfach nur noch Spreads, es läuft nur noch der Prozess im Container, können halt dann nur noch sagen, mit welchem User er wirklich laufen soll von außen und damit kann man nochmal eine andere Appettung machen. Mit dem U, ja. Kannst du den User bestimmen. Beim Docker-Run. Ähm, ja. Ja. Das Gleiche, ähm, jetzt haben wir halt viel auf dem CI-System gesehen, ähm, jetzt kann man das Gleiche, was man auch machen kann, ist, man nimmt einfach einen Container, lässt halt den Dclap-Runner halt laufen, sagt halt, hier der Executor wird halt ein Docker, ich gebe halt hier wieder ein Docker-Image an, und kann halt hier mit der letzten Zeile nur noch den CI-Job angeben, wie zum Beispiel, ähm, und kann halt so meine Runner auch lokal einfach testen. Ich brauche halt nicht das CI-Environment, der Nachteil ist, man hat aber nicht mehr den Comparant-Feature-Umfang. Das heißt, man kriegt nicht mehr alle Umgebungsvariablen injectet und so weiter natürlich. Doch, Umgebungsvariablen kriegt man auch noch. Ja. Jetzt ist das, so ist es halt ein bisschen unbequem, ähm, warum macht man nicht einfach einen Alias daraus. Das heißt, ich fühle halt den ganzen Alias hin, ich halt um so einen Container halt immer zu starten, ähm, schmeiße halt danach den Container einfach weg und kann einfach nur noch sagen CI und den CI-Job und bin halt fertig und hab halt meinen, ähm, kann meinen lokalen CI-Job halt wirklich ausführen. Ja. Ähm, genau. Letzte Notizen. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen sehr lange überzogen, ähm, das heißt, erstmal, wenn ihr halt möchtet, könnt ihr halt gerne zu uns in den Trainings kommen. Da gibt's nicht so viele Fehler, ich weiß. Ähm, viel cooler ist halt noch die Container, der ist in Hamburg, die nächste Woche stattfinden. Ihr könnt halt den Code nehmen um halt 20% geben. Oder wir sehen uns halt auf der DaggerCon in Kopenhagen. Da wird sich der, ähm, ich soll euch auch schön grüßen vom Dieter, wenn ihr diesen Code einsetzt, kriegt ihr auch nochmal 10%. Und ja. Und jetzt bin ich eigentlich eher offen für Q&A und ich denke, wir haben heute ein bisschen näher gemacht als erwartet und ja. Ich danke euch. Applaus Ähm, ein letzter Punkt, ähm, ich habe schon Blogartikel darüber geschrieben, wie man Diclap auf, mit Docker Machine aufsetzen kann, damit man das auch nach, äh, probieren kann. Die Slides werden nächste Woche online sein und, ähm, ich werde einen zweiten Teil dann noch zu schreiben, wie man den Runner nochmal konfigurieren kann, auch mit verschiedenen Flavoren nochmal ein bisschen mehr. Ja. Genau. So. Ansonsten, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch noch gerne einen Sticker nehmen, ähm, könnt noch zwei, drei Getränke trinken, eine Cola, ein Wasser. Ähm, ja, und dann sehen wir uns nach den Sommerferien alter Frische wieder. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.